Herzlich willkommen zum ersten Thema auf meinem Kanal. Thema 1, die Vertikulitis. Heute geht es um den Unterschied zwischen den S1, 2 und 3 Leitlinien, die CDD-Klassifikationen von 2014 und 2021, um die Hartmann und Miles OPs, 4 Arten von Stomata, den Unterschied zwischen einem Pseudon und einem echten Divertikel mit Beispielen und CT-gestörter Drainage und schließlich um das Wall of Fame. Wir sind dieser Wissenschaftler. Die Leitlinien sind publiziert bei der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie und Stoffwechselkrankheiten sowie AVMF, Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Das Bild zeigte den deutschen Ars Esma Poas aus dem 19. Jahrhundert, der als Begründer der Gastroenterologie weltweit gilt. Das ist die Gedanktafel in der Charité. Betrachten wir den ersten Punkt der Präsentation. S1-Leitlinie ist handlungsbasiert, also Empfehlungen von Experten. S2-K-Leitlinie ist konsensbasiert durch repräsentatives Gremium. S2-E-Leitlinie ist evidenzbasiert durch Recherche und Ausfall der Literatur. S3-Leitlinie ist evidenz- und konsensbasiert und somit die höchste Form der Leitlinien. Nun, was ist der Unterschied zwischen einem Pseudo- und einem echten Divertikel? Pseudo-Divertikel bestehen nur aus Mucosa und Submucosa. Ein klassisches Beispiel ist das Zenker-Divertikel, das durch den Kilian-Dreieck verwölbt. Davon betroffen sind meistens ältere Männer mit zwei typischen Symptomen. Halitosis und das Hochwürgen von Essensresten, die in das Divertikel reingerutscht sind. Die Diagnose ist mittels Barium-Reichluck. Die Klassifikation ist nach Brompart. Die Therapie ist entweder Divertikulopixie, also das Hochnähen kleiner Divertikel, oder Divertikul-Lectomie, also das Ausschneiden großer Divertikel. Ein echtes Divertikel enthält alle Wandschichten, wie das Mechel-Divertikel. Dieses ist nach Johann Friedrich Mechel, dem deutschen Anatom aus dem 18. Jahrhundert, benannt. Im angloamerikanischen Sprachraum wird hier häufig das Rule of Two erwähnt. Also 2% der Bevölkerung sind betroffen. 2 inches bzw. 5 cm lang, 2 feet bzw. 60 cm Distanz zu Ilio zur Kalklappe, 2 Typen von Mucose und below 2 years of age. Die Symptome sind Blutung oder Breeden-Ilios. Wie aussagekräftig auch die CT bleibt, ist die Sintigraphie die Diagnostik der Wahl. Die Therapie besteht aus Breeden-Lösung und oder Resektion. Im Fall eines Zufallbefunds bleibt die Resektion jedoch kontrovers. Und jetzt befassen wir uns mit den Kolon-Divertikel. Diese entstehen an einer Schwachstelle, an der das Blutgefäß zur Versorgung der Darmschleimhaut durchdreht. Rechts-Divertikulose tritt häufiger in Asien auf, wobei die links-Divertikulose häufiger in der westlichen Welt auftritt. Das führt mich zum wichtigsten Teil des heutigen Themas zu. CDD-Klassifikationen von 2014 und 2021, auf denen die Therapie basiert ist. Die Leitlinie von 2014 war konsensbasiert, wobei diese von 2021 eine S3-Leitlinie war. Typ 0 ist asymptomatische Divertikulose. Typ 1 ist akuter, unkomplizierter Divertikulitis ohne oder mit phlegmenloser Umgebungsreaktion. Typ 2 ist akuter, komplizierter Divertikulitis. 2a heißt Mikroabsess und 2b heißt Makroabsess. Hier merkt man auch, dass sich der zweite Unterschied zwischen den zwei Leitlinien auf die Größe des Abscesses bezieht. 2c stellt mit freier Beforation einen Notfall dar. Typ 3 ist die chronische Divertikelkrankheit. 3a ist symptomatische, unkomplizierte Divertikelkrankheit. SUDD bedeutet Symptomatic Uncomplicate Diverticular Disease. 3b ist reduzivierende Divertikulitis ohne Komplikationen. Und 3c ist Dito, aber mit Komplikationen. Typ 4 ist Divertikelblutung. Das war die Klassifikation nach Hansen und Stock im deutschsprachigen Raum. Die Klassifikation nach Henshi der komplizierten Sigma Divertikulitis wird hingegen eher in angloamerikanischen Ländern verwendet. Henshi 1 entspricht dem Bild eines lokalen Abscesses. 2 ist eine eitrige 2-Quadranten-Perytonitis. 3 ist eitrige 4-Quadranten-Perytonitis. Und abschließend ist 4 eine Kotika-Perytonitis. Von Nachteil ist, dass diese nur eine Klassifikation des intraoperativen Befunds ist, also keine präoperative Klassifikation. Nun kommen wir zur Diagnostik. Die CT bleibt immer die Diagnostik der Wahl. Und wir werden hier eine Reihe von Bildern zeigen und besprechen. Hier sehen wir eine phlegmenöse Umgebungsreaktion in Gelb, also ein Typ 1b und nicht 2b, wie ich das fälschlicherweise geschrieben habe. Die Therapie bei Typ 0 ist nur präventativ, das heißt, weil es stoffreicher kostet. Man muss hier merken, dass es immer um Tupen und nicht um stadienhaften Prozess geht. Die Antibiotikgabe ist bei Typ 1 kontrovers und nur bei Risikofaktoren indiziert, und zwar bei Immunsuppression, chronischer Nierenentkrankung und arterieller Hypotonie. Da wir Typ 1b besprochen haben, betrachten wir Typ 2b, beziehungsweise einen Makroabsess. So sieht das aus in der CT. Die Therapie ist CT gesteuerte Big-Tel-Drainage. Das Ende ist gebeugt und ähnelt einem Schweineschwanz, von daher der Name. 3 cm gilt als technisch besser drennbarer Abszess. Eine antibiotische Therapie mit Säftklont ist hier einzuleiten. So sieht das in der CT aus, nach Anlage der Drainage. Jedoch das reicht nicht aus, denn in 4 Wochen soll eine Koloskopie zum Ausschluss einer Malignität und daraufhin 6 Wochen nach dem entzündlichen Schub eine primäre, laproskopisch assoziierte Sigma-Restriktion durchgeführt werden. Als nächstes besprechen wir Typ 2c. In dieser CT sehen wir zwei Luftanschlüsse, diese zwei Sternchen. Und das ist typisch bei einer perforierten Sigma-Divertikulitis mit freier abdominale Luft. Hier müssen wir den Patienten unbedingt auf den Tisch legen und operieren. Da unterscheidet man zwischen einer ehrtrigen Peritonitis oder 2c1 und einer kotigen Peritonitis oder 2c2. Bei ehrtriger Peritonitis ist eine Sigma-Restriktion mit Kontinenzwiederherstellung möglich. So sieht das aus. Man muss zunächst die linke Flexur mobilisieren und dann machen wir eine Dissentorektostomie. In grün sehen wir das Schutztoma, wo der Zuführ in der Schenkel nach Kaudal zu drehen ist. Darunter liegt der Reiter, der dafür sorgt, dass das Stoma nicht in den Bauchraum abrutscht. Und hier sehen wir die Relation der Anastomose zum Becken. Ein apaurales Absetzen unterhalb des Promontoriums wird in manchen Literaturen empfohlen. Das Kontinuitätsresektion nach Hartmann ist die zweite Therapiemöglichkeit. Und so sieht das aus. Es geht um ein endständiges Passagieres Dissentostoma mit Blindverschluss des Rektumstumpfes. Und hier trifft ihr Herrn Henry Hartmann. Anschließend muss man eine Lavage machen und vier Quadranten Drainage legen. Danach kommen wir zum Top 3C bei einem Nachweis von Fisteln, Stenosen oder Konglomerat. So sieht das CT aus. Das rote Stärchen steht für die gezeigte interophysikale Fistel. Und hier sehen wir neben der Luft zwei Schattierungen der Farbe, die für die Ansammlung von Kontrastmitteln und Urin in der Blase stehen. Die Therapie ist eine primär laparoskopisch assistierte Sigma-Listektion. Wenn von Typ 4 die Rede ist, muss eine primär endoskopische Blutstellung gemacht werden. Bei unstillbarer Blutung sowie Reduziv wird eine CT-Angiografie mit gegebenenfalls interventionellem Coiling durchgeführt. Der Pfeil zeichnet die Blutungsfehler ab. Falls das nicht ausreicht, kommt es zu einer Sigma-Restektion im Rahmen einer notfallmäßigen Operation. Im letzten Teil meiner Präsentation befassen wir uns mit den verschiedenen Arten von Stomata und werden die Indikation zur tiefen, anterioren, Rektum-Restektion sowie zur OP-Nachmals betrachten. Stoma kommt eigentlich aus dem Griechischen und heißt Öffnung und ist ein künstlicher Darmausgang. Anus Preta Naturalis kommt aus dem Lateinischen und bedeutet an after, der wieder natürlich ist. Betrachten wir nun im Anschluss vier Stomata-Arten. Erstens ein Iliostoma, das doppelläufig und Passagier ist. Hier ist eine Rückverlagerung ohne Relaprotomie möglich. Das findet man im Rahmen einer Sigma-Restektion mit Kontinenzwiederherstellung oder bei tiefer anteriörer Rektum-Restektion mit totaler Mesorex-Restektion bei Malignität im oberen Drittel. Zweitens ein Cholostoma, das doppelläufig und Passagier ist. Dieses Stoma ist bei mechanischem Dickdarmelius durch zunächst irresektables Kolonkarzinom. Drittens ein Cholostoma, das entständig und permanent ist. Das ist bei Abdominoperianaler Rektum-Axtribus auszuleiten, auch bekannt als OP nach Miles, bei Infiltration des Sphinkterapparates. Miles heißt mit Vollname William Ernst Miles und ist ein Britischer Chirurg aus dem vergangenen Jahrhundert. Viertens ist ein Cholostoma, das entständig und Passagier ist. Ein Beispiel ist die Hartmann-Operation oder Diskontinuitäts-Restektion nach Hartmann nach dem französischen allerberühmtesten Arzt Henry Hartmann. Die korrekte Aussprache auf Französisch wäre vielleicht Henri-Albert Hartmann, weil H nicht ausgebrochen wird. Last but not least werden wir einen Blick auf das Wall of Fame werfen. Wir erblicken chronologisch gezeigt hier wieder den deutschen Anton Johann Meckel, den französischen Chirurg Henry Hartmann, den britischen William Miles, den deutschen Arzt Ismar Poas und den deutschen Mikrobiologe Heinrich Robert Koch. Darunter zeige ich das, wofür jeder von ihnen bekannt war. Hartmann Miles Und Poas Und zum Schluss ist interessant zu wissen, dass Kochs Bacillus in verschiedenen Ländern eine andere Bezeichnung für tuberkulose Bakterium ist. Im Jahr 1905, fünf Jahre vor seinem Tod, erhielt Robert Koch den Nobelpreis. Das sind meine Damen und Herren die Mitglieder des Wall of Fame des heutigen Themas. Vielen Dank fürs Zuschauen und an das Team und die Leiter der Allgemein- und Gefäßchirurgie für die stetige Unterstützung. Somit ist Thema 1 erledigt. Beste Grüße von mir.